Musik Eine Dating-Webseite, man sieht das kitschig aus. Profil erstellen, soll ich das wirklich tun? Größer angeben, oh ja, wie krieg ich denn die raus? Mein Alter, 38 und nun? Bin sportlich, klug und charmant. Bin humorvoll, kreativ und elegant. Ich bin geduldig, nie aufbrausend, interessant. Bin geschickt, organisiert, ja brillant. Wie bin ich denn wirklich? Wie stelle ich mich da? Ich bin wunderbar, oh, das ist klar. Wer liest das denn? Wer klickt denn auf mich? Finde ich hier die Liebe? Ich glaube nicht. So, nun heißt es abwarten. Na dann such ich mal. Ah, das Profil hier klicke ich an. Was? Jemand ist bei mir drauf. Na die sieht doch nett aus. Dann mach ich mal sein Profil auf. Oh ja, das ist ne süße Maus. Er ist sportlich, klug und charmant. Sie humorvoll, kreativ und elegant. Er geduldig, nie aufbrausend, interessant. Sie ist geschickt, organisiert, ja brillant. Ist sie ja so wirklich oder stellt sie ja sich so dar? Er klingt wunderbar, oh, ist das wahr? Ich schreib sie an, ein Treffen morgen um acht. Was trag ich da nur? Ich will nicht, dass ihr lacht. Ich will, dass sie lacht. Groß ist er, aber sportlich? Wie 38 sieht sie nicht aus. Er wirkt sympathisch. Ja, Alter, krieg ich schon noch raus. Wie bist du nun wirklich? Ich, ich bin gespannt. Wird es wunderbar, wird die Liebe wahr. Dein Profil war geschönt. Was macht das schon aus? Ob es passt oder nicht, kriegen wir schon raus. Ich bin klar, wie physiologicalÚ intense niemals. Ich bin klar. Was macht das jetzt auch her. Das ganz kann. stamp 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 st Port stamp stput stamp st… Vielen Dank.